Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über palliative Behandlungen. Macht das überhaupt Sinn? Und was heisst das Wort palliativ überhaupt? Das möchten wir heute ein bisschen analysieren. Im Zusammenhang wird das Wort auch immer wieder gewählt bei Krebsbehandlungen. Deshalb gibt es bei mir immer wieder nur einen Gast, einer, der sich da wirklich gegen alle Sichtweisen stellt und es aber auch mit logischen Argumenten bringt, sodass es Hunderttausende von Menschen auch bei unserem Sender immer wieder nur sagen müssen, wow, das ist alles so logisch und schlüssig für mich. Ich verrate Ihnen gleich den Namen. Bleiben Sie dran. Ja, das sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen auch zeigen, mit wem ich dieses Thema auch heute diskutieren möchte. Es ist nämlich der Herr Lothar Hirneisen. Da ist er, herzlich willkommen, lieber Lothar. Danke, danke. Ja, also, soll man eine palliative Behandlung machen? Gehen wir gleich ins Wort palliativ. Palliativ bedeutet eigentlich lindernd. Man unterscheidet zwei Dinge. Das eine ist lindernde Therapie und das andere ist das Kurative, also das Heilen, wo die Aufgabe ist, also für die nächsten 50 Jahre noch am Leben zu bleiben. Während bei palliativ, bei lindernd hat man den Patienten aufgegeben. Man sagt, man kann nichts mehr für ihn tun. Aber wir wollen die letzten Tage, Wochen, Monate irgendwie noch ihm verschönern. Das bedeutet das eigentlich, ja. Okay, gut. Hört sich ja eigentlich gut an. Nur andererseits habe ich schon jetzt oft gehört, also unlösbare, unhoffnungslose Fälle gibt es nicht. Chronisch krank auch nicht. Jeder Mensch hat Hoffnung verdient. Ich denke, diese palliative Entscheidung ist ja schon irgendwie eine Selbstverwirklichung einer Diagnose. Ja. Das ist ja ganz brutal. Ja, das ist wirklich brutal. Ich sage manchmal folgenden Satz. Es gibt in Deutschland das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Und dort sagt das Huhn zum Esel, etwas Besseres als den Tod findest du überall, wo die sich auf den Weg machen. Und das Huhn versucht, den Esel zu überzeugen, dass er mitgeht. Was ist das Problem der Palliativmedizin? Zuerst mal muss ich sagen, ich kenne Palliativmediziner. Ja, und das sind in der Regel, oder was ist in der Regel, ich habe gar keinen kennengelernt, der nicht so weiß. Die wenigen, die ich kennengelernt habe, waren alles unglaublich tolle Menschen, die wirklich sich um Menschen kümmern, die am Sterben sind. So ein Herz. Die letzten Tage, die ein größeres Herz, wie wir beide zusammen haben, sage ich jetzt einfach mal, ja, absolut so ein Herz haben. Und die sich vor allem in der Schmerztherapie unglaublich gut auskennen. Und da habe ich auch persönlich, muss ich sagen, schon ganz, ganz Tolles in meiner eigenen Familie erleben dürfen. Also ich bin nicht jetzt jemand, der hier gegen die Palliativmediziner geht oder für das, was die da tun, ja, überhaupt gar nicht. Vor allem Schmerztherapie spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in den letzten Tagen von vielen Krebspatienten. Aber, 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 jetzt kommt es, ja. Ja, die Ärzte sagen ja zu ihren Patienten, oder ich muss sogar was anderes sagen, sie sagen es meistens nicht. Das ist auch was ganz Interessantes, sie schreiben es immer nur in den Bericht rein. Also zu uns kommen dann 90 Prozent der Menschen, die einen Bericht haben, wo drinsteht, die Therapie, die ihnen vorgeschlagen wird, ist palliativ. Dann frage ich ja die Menschen immer, hat ihr Arzt das mit ihnen eigentlich besprochen? Also dieses Wort palliativ und, und dass diese, diese Therapie, die ihnen angeboten wird, dass die nicht mehr dazu dient, dass sie die nächsten zehn Jahre leben, sondern wirklich nur noch ihr Leben im besten Fall zu verlängern. Ich würde sagen, in acht von zehn Fällen bekomme ich Nein. Nein. Ein klares Nein. Ärzte sprechen mit ihren Patienten nicht so klar, wie ich das zum Beispiel mache, ja. Und warum mache ich das? Weil ganz einfach, wenn ich die Wahrheit oder was das bedeutet für mich nicht auf dem Tisch habe, wie soll ich denn dann eine Entscheidung treffen? Ich mache es mal ganz plakativ. Wenn ich heute Bauchspeicheldrüsenkrebs habe und zum Beispiel schon Lebermetastasen dazu, ja, dann ist das eine palliative Situation, was relativ leider viele Menschen haben. So, jetzt wird der Arzt da reinschreiben, der Mensch kriegt eine palliative Chemotherapie jetzt, ja, mit Gemsau oder sonst irgendetwas, ja. Der Patient versteht es aber nicht. Der Patient glaubt, das wäre eine kurative Therapie. Würde der Arzt ehrlich sein und zum Patient sagen, hören Sie zu, das ist so, wie wenn Sie auf einen Flughafen gehen und da sind 100 Flugzeuge und Sie wissen ganz genau, 99 von denen werden abstürzen. Steigen Sie da ein. Wenn er es so beibringen würde, würden die meisten Menschen diese Therapie nicht machen, weil sie sagen, für was denn, wenn ich denn sowieso sterbe? Jetzt wird aber immer das folgendermaßen, ich sage mal, verkauft oder gemacht. In der Regel wird mit den Patienten gar nicht darüber gesprochen. Es steht aber immer im Bericht drin, das ist interessant, weil Menschen wissen, dass die Krebspatienten mit dem Wort palliativ in der Regel gar nichts anfangen können, ja. Die überlesen das oftmals, ja. Also ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass sie sagen, sie wissen schon, was das da in ihrem Entlassungsbericht vom Krankenhaus bedeutet. Nee, also die meisten Menschen wissen zuerst mal gar nicht, was das bedeutet. Das ist schon das erste Problem. Das nächste Problem ist, Menschen verstehen natürlich nicht, wenn ein Arzt sagt, wir können da nichts mehr für sie tun, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, der Arzt müsste das anders sagen. Er sagt Folgendes. Er müsste sagen, lieber Herr Müller, liebe Frau Schmidt, so wie wir Krebs behandeln mit Chemotherapie und Bestrahlung, Operationen sind meistens in palliativen Situationen nicht möglich, ja. Also spielen eher Chemotherapien, Bestrahlungen oder Antikörpertherapien, Antihormontherapien eine Rolle. Wenn er sagen würde, schauen Sie, wir haben hier noch vier Therapien für Sie anzubieten. Bestrahlung, Chemotherapie, Antikörper- und Antihormontherapie. In der Regel fallen von denen vier Gruppen zwei sowieso schon mal ganz raus, ja. Also bleiben, sage ich mal, noch zwei übrig. Vielleicht noch eine Bestrahlung, vielleicht noch eine Chemo. Und dann sagen die, naja, aber wissen Sie, das wird sehr viele Nebenwirkungen haben. Und es wird nicht Sie in eine Heilung bringen. Dann würden ganz viele Patienten diese Therapie nicht machen. Also ich würde sie nicht machen, ich weiß nicht, ob du sie machen würdest. Wenn das Beste, was ich erwarte, noch ein paar Tage länger im Leben ist, und ich muss mir diese paar Tage Verlängerung, nämlich mit folgendem, einkaufen, ja. Dass ich ganz oft im Krankenhaus beim Arzt bin. Kurze, Übergreifung, Tagausfall. Dass ich extreme Lebensqualitätserniedrigung habe. Wenn man das klar zum Patienten sagen würde, dann würden natürlich die meisten das alles nicht machen. Und das ist auch ein Grund, ich sage auch, neben dem, dass Ärzte sehr, sehr ungern über Palliation reden, ja. Ja, ein Grund, warum das gemacht wird. Und dann gibt es noch einen ganz lapidaren Grund. Ungefähr 70 Prozent aller Einnahmen in einem Krankenhaus, vor allem mit Medikamenten, passieren in den letzten drei Monaten eines Krebspatienten. Tatsächlich, 70 Prozent. Ja, also es gibt Studien, die über 70 Prozent sind, es gibt Studien unter 70 Prozent. Also diese 70 Prozent, da kauft man sich sehr, nur ein paar Wochen Lebensqualität, und nicht nur Qualität, sondern nur lebensverlängernde Maßnahmen. Und selbst das ist gelogen. Ich sage es mal knallhart. Die grösste Studie kam 2018 oder 2019 raus, die ich kenne. Und dort war es so, dass mit Chemotherapie war es ungefähr 12,8 Monate im Durchschnitt. Da hat man eine sogenannte Metastudie gemacht, also ganz viele Palliativstudien zusammengenommen. Und der Durchschnitt war 12,8 Prozent. Ohne Chemotherapie war es 15,3 Prozent. 15,3 Monate, sorry. Ja, also auch dieses Argument, das permanent hier gegeben wird, das stimmt überhaupt gar nicht. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr interessante Studie aus England. Dort hat man mal Folgendes gemacht. Man hat mal angeschaut, wie viele Patienten sterben innerhalb, also in einer Palliativsituation, sprich, wenn metastasiert ist, wie viele Patienten sterben innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Chemo. Das war extrem hoch. Das Immunsystem ist blatt. Das heißt Folgendes, dass ganz viele an der Therapie gestorben sind. Also wenn jemand jetzt metastasiert ist, hat der immer noch ein paar Monate Lebenszeit. Wenn der also nach der ersten Chemo innerhalb von 30 Tagen, so war auch das Summary, das Ergebnis dieser Studie, wo die Wissenschaftler da in England gemacht haben, die haben am Schluss auch genau das geschrieben. Die haben gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass die meisten Patienten, die innerhalb von 30 Tagen sterben, an der Therapie gestorben sind und nicht an ihrer Metastasierung. Weil die kamen ja alle relativ gesund. Also wir haben nochmal, in unserem Zentrum sind 90 Prozent der Patienten, die zu uns kommen sind, haben Metastasen. Jetzt sind wir ja kein Krankenhaus, wo schwerkranke Menschen aufnehmen können. Das heißt, wir können nur Menschen aufnehmen, die essen können, die energetisch relativ gut sind, die gehen können, die mental gut drauf sind, weil wir sehr viele Seminare, Meditationen, Visualisierungen, auch solche Programme, wo wir die Energie der Menschen brauchen. Das heißt, wir können gar keine Menschen aufnehmen, die, weißt du, gar keine Energie mehr haben. Aber 90 Prozent ist metastasiert. Das heißt, metastasiert bedeutet doch lange nicht, nächste Woche zu sterben. Wir haben viele Patienten, die viele Jahre schon, bevor sie zu uns gekommen sind, mit ihren Metastasen gelebt haben. Also deshalb diese Studie in England, wo die Leute innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Chemo gestorben sind, darf man wirklich auch aus meiner Sicht so mal beurteilen, dass die Menschen an der Therapie gestorben sind. Und jetzt kommt aber aus meiner Sicht eben dieser Satz, den ich schon gesagt habe, etwas Besseres als den Tod findest du überall, was Ärzte natürlich auch nicht sagen. Diese Therapie führt ja 100 Prozentig in den Tod. Nicht 99, nicht 98, nicht 97. 100 Prozent führt diese Therapie in den Tod. Warum sollte ich das tun? Weil es anscheinend eine Lebensverlängerung gibt, aber ich kaufe mir die mit einer extrem schlechteren Lebensqualität. Also würde ein Arzt dem Patienten sagen, hier ist unser Angebot, wir machen diese Therapie in den nächsten Monaten mit Ihnen. Aber es ist ganz klar, Sie werden sterben. Mit oder ohne. Dann lässt man es sein. Dann lässt man es normalerweise sein. Aber meine Erfahrung ist eine ganz andere. Ärzte sprechen, habe ich ja schon erwähnt, mit Ihren Patienten nicht darüber. Weil das unangenehme Gespräche sind. Ich habe schon ein paar tausend solcher Gespräche geführt. Ich weiß, dass das, es gibt Schöneres. Ich spreche auch gern lieber über schöne Musik oder über neuen Kinofilm. Natürlich gibt es Angenehmeres. Aber nochmal, der Patient hat aus meiner Sicht das Recht, aufgeklärt zu werden. Und wir haben eine Vereinigung, Krebs21, wo ich seit über 20 Jahren Vorstand bin. Dort haben wir folgenden Satz. Jeder Mensch hat das Recht zu wissen und zu wählen. Wie kann ich denn aber etwas wählen, wenn ich kein Wissen habe? Und wenn der Arzt mir nicht die Wahrheit einschenkt, kann ich auch nicht richtig wählen. Weil ich hoffe ja, dass diese Therapie mir vielleicht noch hilft. Dann kommt nochmal etwas aus meiner Sicht absolut Katastrophales für die Palliativmedizin in den letzten 20 Jahren, aber ganz extrem in den letzten 10 Jahren hinzu. Und das sind Antikörper. Es gibt, ich sage mal, jeden Monat neue Antikörper, die zugelassen werden irgendwo auf der Welt. Weil man hat sich auf diese Genstrukturen da eingeschossen. Und man versucht jetzt immer irgendwelche Mutationen, Genveränderungen bei irgendwelchen Krebsarten zu finden. Und man macht jetzt sogar schon, ich sage mal, Genanalysen bei jedem Krebspatienten, den sind wir übertrieben. Und jetzt versucht man ganz spezielle sogenannte Target Therapies, wie das genannt wird, für diesen Patienten zu finden. Und ich muss dazu sagen, die Idee ist eigentlich gar nicht übel. Also wenn das funktioniert vielleicht irgendwann mal, dann kann man wirklich eine Target Therapie, also ganz zielorientierte Therapie für diesen Patienten finden, wo den Tumor eventuell abtötet. Deshalb, ich bin gar nicht gegen Antikörper. Ich bin gar nicht gegen diese Therapie. Die Idee ist ganz gut. Es gibt nur ein kleines lächerliches Problem. Es gibt keinen Funktionierenden im Moment. Es gibt einfach keinen. All die Antikörper, die es da auf dem Markt gibt, ich habe, ich weiß nicht wie viele hundert Studien dazu angeschaut. Ich habe keinen gefunden, der wirklich beweist, wie toll er funktioniert. Auch die ganzen sogenannten Angiogenese-Blogger, die Tyrosin-Kinase-Blogger. All diese unglaublich viele Blogger, die es da inzwischen gibt. Wo sind die Studien, die beweisen, dass die wirklich gut funktionieren? Aber die werden heute für Folgendes benutzt. Der Arzt, es ist unangenehm zu sagen, Herr Müller, ich habe nichts für Sie. Also sagt der Arzt ganz gerne, Herr Müller, da gibt es am besten, sagt er noch aus Amerika, einen ganz neuen Antikörper. Der hat da in einer Studie bewiesen, das ist zwar noch nicht ganz offiziell zugelassen, aber ich könnte dafür sorgen, dass Sie den bekommen. Das hört sich ganz, weißt du, dramatisch, hoffnungsvoll, ganz toll an. Was der nicht sagt ist, keiner dieses Zeug da, selbst die Zugelassenen, haben jemals bewiesen, wie toll sie sind. Da wird gelabert, es wird geschrieben, es wird verglichen mit irgendeinem Müll, der vorher gegeben wurde. Aber wo sind sie denn, diese tollen Antikörper? Außer Kleevec kenne ich keinen, der wirklich bewiesen hat, dass er wirklich sehr gut funktioniert. Deshalb, die Idee nochmal, ist sehr gut, aber sie gibt es einfach nicht. Und deshalb, was ist jetzt die Möglichkeit? Aber das ist ja eigentlich keine palliative Behandlung mehr, wenn man versucht, mit Antikörpern doch noch einen Heilungserfolg zu kriegen. Nein, die machen keinen Heilungserfolg, die wollen nur das Tumorwachstum eindämmen. Also zum Beispiel die sogenannte Angiogenese, muss ich vielleicht das Wort erklären, ist die Neubildung von Blutgefäßen. Ja, weil Tumore sind ja vom Immunsystem gewollt. Das ist ja auch dieser Denkfehler, der da einmal dran ist, das Immunsystem bei Krebskranken würde nicht funktionieren. Nein, das Immunsystem funktioniert fantastisch bei Krebskranken, ja. Sondern das Immunsystem macht ja sogar, um diesen Tumor zu erhalten, neue Blutgefäße, um den gut zu versorgen. Jetzt hat man schon in den 80er Jahren, ganz, ganz früher hat man Knobel genommen aus Rinder oder aus Haifischen übrigens. Haifisch-Knobel waren ein recht bekanntes Präparat. Und man hat ähnliche sogenannte Angiogenese-Blocker gemacht. Das heißt, diese Avastin ist ein sehr bekannter. Diese Blocker machen bei Mäusen, wohlgemerkt bei Mäusen, verhindern die, dass genügend Blut zu dem Tumor kommt. Damit stirbt der Tumor aber nicht ab, wie man oft denkt, sondern er wächst einfach langsamer. Was aber natürlich toll ist für eine Pharmafirma, weil ich möchte ja nicht, dass der Krebspatient bald stirbt. Ich möchte den aber auch nicht geheilt haben. Ich möchte ja als Pharmafirma einen Patienten möglichst über Jahre therapieren dürfen. Und deshalb gibt es so viele Patente auf Angiogenese-Blocker, weil mit diesen Medikamenten stirbt mir der Patient nicht so schnell. Und ich kann unglaublich teure Medikamente hier verkaufen. Also ich kann schon verstehen, dass hier die Pharmafirma extrem viel Forst und extrem viel Neue bringt. Aber, und hier ist es wie bei Avastin ja auch, es funktioniert fantastisch bei Tieren. Nur bei Menschen, ich weiß nicht, wo sind die Studien, die immer behauptet werden. Ich habe nur die Zulassungsstudien gesehen und in den Zulassungsstudien wurde immer irgendwas verglichen mit irgendeinem alten Zeug. Aber es wurde nicht bewiesen, dass wirklich eine Signifikanz in der Überlebenszeit gegeben ist. Das ist hier einfach das Hauptproblem. Deshalb, ich sage mal, was ist mein Rat? Was macht man denn jetzt, wenn man metastasiert ist? Ich würde nicht eine schulmedizinische Therapie machen, wenn ich metastasiert bin. Warum? Weil ich gehe 100% in den Tod. Jetzt ist es so, ich habe ja ganz viele finale Krebspatienten interviewt, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden und heute noch im Leben sind. Alle, ausnahmslos, haben eine nicht-schulmedizinische Therapie gemacht. Ausnahmslos. Keiner von denen hat Chemotherapie oder Bestrahlung gemacht. Ein paar haben Antikörper genommen, ja. Ich kenne ja auch ein paar, die haben Antihormontherapien gemacht. Da bin ich auch in der Palliativsituation nicht dagegen. Wenn zu uns jemand kommt mit einer Antihormontherapie oder er nimmt einen Antikörper, wo zum Beispiel ein Gentest gemacht wurde und es wurde gezeigt, dass ein bestimmter Antikörper dagegen helfen kann, sage ich immer, ja, nimm das. Ich habe da nichts dagegen. Aber eins haben diese Überlebenden nicht gemacht. Chemotherapie und Bestrahlung. Diese zwei Therapien müssen aus meiner Sicht in der Palliation komplett wegfallen. Und nochmal, dieses Argument der Lebensverlängerung, das lasse ich schon lange nicht mehr gelten, weil die ist einfach nicht gegeben. So, und jetzt, jetzt habe ich ja, ich sage mal, auf diesem Weg sterbe ich zu 100%. Auf dem anderen sterbe ich auch zu, keine Ahnung, 50%, 90%, 99%, ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher, nicht zu 100%. Ich habe noch Hoffnung, ich habe noch eine Chance und jetzt kommt da noch was Zweites hinzu. Wenn der Arzt sagt, Frau Müller, wir können Ihnen da nicht helfen, bedeutet es ja nur, mit Chemotherapie und Bestrahlung kann ich nicht helfen. Das heißt noch lang nicht, dass ich mit Entgiftung, mit Ernährungsumstellung, mit Vitamin C, mit Galvanotherapie, mit Ukraine-Infusionen, mit, ich weiß nicht was, ja, dass ich da nicht helfen kann. Weil diese Therapien haben ja bewiesen, dass sie zum Beispiel auch in palliativen Situationen sehr gut helfen können. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Dr. Stanislav Borczynski ist ein Pole, der aber schon sehr lange in Houston, in Texas lebt und hat dort eine Therapie, die sogenannte Antineoplaston-Therapie für Gehirntumore. Genauer gesagt, vorrangig für Glioblastome. Jetzt musst du wissen, Glioblastome ist eine ziemlich schlechte Diagnose, fast wie Pankreaskrebs, ja. Die Patienten sterben fast alle und die Rückfallrate nach Operation ist annähernd bei 100%. Also fast jeder, der operiert wird, kommt der Tumor zurück. Jetzt hat Dr. Stanislav Borczynski, das sind Phenilesigsäuren, hat diese Antineoplaston-Therapie. Und er konnte schön zeigen, dass er da sehr erfolgreich ist, ja. Und aber die amerikanische Regierung musste es ihm irgendwann erlauben, weil er war mehrmals vor Gericht und durfte das dann therapieren. Aber er durfte nur therapieren bei Menschen, die vorher schon eine Chemotherapie bekommen haben oder eine Bestrahlung. Und selbst mit diesen Patienten hatte er noch Erfolge. Jetzt haben aber außerhalb von Amerika Menschen auch schon diese Antineoplaston-Therapie gemacht, ja. Weil diese Phenilesigsäuren, man kriegt dann Subclavia-Katheter und man kriegt eine Dauerpumpe und das wird also über einen 24-Stunden-Katheter wird das reingepumpt, ja. Wenn die das außerhalb von Amerika gemacht haben, haben die natürlich viel bessere Erfolge gehabt, ja. Weil die Chemotherapie und Bestrahlung die Leute einfach dermaßen zerschossen und runtergebracht hat, ja. Und deshalb muss man sich sehr, sehr genau überlegen, was macht man denn jetzt, wenn man diese Diagnose hat. Und ich rate wirklich jedem ganz klar, in dem Moment, wo ich metastasiert bin, warum sollte ich eine Therapie machen, die mich 100% in den Tod führt? Es gibt keinen Sinn. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, aber da werde ich sicherlich angegriffen dafür, ja. Ich sage natürlich, macht es überhaupt Sinn, frisch nach der Diagnose? Weil, man muss sich doch mal einfach Folgendes überlegen, Therapien, die Menschen geholfen haben, die in einem finalen Stadium waren, würden diese Therapien nicht auch extrem besser Menschen helfen, die nicht kaputt sind durch Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen? Wären die nicht viel erfolgreicher bei Menschen, wo nicht schon alles körperlich kaputt ist? Natürlich. Jeder weiß, dass das die Antwort ist. Natürlich, klar, ja. Aber hier kommen natürlich Schulmediziner und sagen, ja, wir haben ja ganz tolle Zahlen bei Hodenkrebs oder wir haben ja tolle Zahlen auch bei Dickdarmkrebs oder irgendetwas. Wir haben tolle Zahlen bei Lymphomen, ja. Mag ja alles stimmen, ja. Aber ganz ehrlich, woher wissen die eigentlich, dass die Alternativmedizin nicht auch viel bessere Zahlen hat? Weil wir haben ja keine Studien. Weil sie verhindern ja seit Jahrzehnten, dass nichtkonventionelle Therapien mit konventionellen Therapien verglichen werden. Warum wird das eigentlich verhindert? Ich weiß es und du weißt es und die meisten Menschen wissen es auch. Es wird verhindert, weil wenn gezeigt wird, dass andere Therapien außerhalb der Pharmaindustrie vielleicht erfolgreicher sind, würden ja keine Menschen mehr Chemotherapien und Bestrahlung machen. Und deshalb wird es sehr, sehr erfolgreich. Seit Jahren durch sogenannte Ethikrede wird es einfach verhindert. Ja, können wir nichts machen, solange es diese Politik gibt. Ja, habe ich aufgegeben. Da gibt es keine Chance, da irgendetwas zu machen. Aber man kann immer noch seine Logik einschalten. Man kann immer noch sagen, was mache ich jetzt hier? Und meine Logik sagt, eine Therapie, die mich 100% in den Tod führt, ist für mich keine Option. Muss ich nicht gehen, nein. Muss ich nicht machen, ja. Ich bin auch deiner Meinung. Was wir vermitteln müssen, ist immer Hoffnung. Ja. Und alles ist irgendwo noch heilbar durch den Mensch selber, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, oder? Ja. Und die Hoffnung ist immer da. Ja, das wird leider sehr weggenommen. Also du meinst sogar, also wirklich, die Leute werden behandelt, aber sie haben eigentlich nicht Klarheit. Sie kriegen eine palliative Behandlung, aber wissen es eigentlich gar nicht. Nein, sie wissen es nicht. Und das ist eigentlich schon traurig, ja. Sie wissen es nicht, sie wissen es nicht. Hätte ich die freie Wahl, dann… Ja, ja, weil, ich meine, ich verstehe ja die Mediziner, ja. Ich gebe dir mal ein verrücktes Beispiel, ja. Frank Wievel ist der Präsident von People Against Cancer, also Menschen gegen Krebs in Amerika. Und der hatte mal einen Freund mit metastasierendem Prostatakrebs in der Mayo-Klinik, eine sehr, sehr bekannte Klinik in Amerika. Und dieser Freund von ihm hat einen bestimmten Antikörper bekommen bei Prostatakrebs, denn die damals in der Mayo-Klinik getestet haben. Und interessanterweise war der Professor, der eine Studie über diesen Antikörper gemacht hat, hat dann eine Studie gemacht und hat gesagt, es funktioniert nicht. Er war relativ ehrlich. Er hat also, in der Studie kam raus, diese Antikörper bei metastasierendem Prostatakrebs funktioniert nicht. Jetzt war der Freund von Frank Wievel in der Klinik, in der Mayo-Klinik und hat genau diese Therapie bekommen. Dann hat Frank Wievel zu dem Professor gesagt bei der Visite, warum bekommt denn er diese Therapie? Sie haben doch eine Studie gemacht, in der bewiesen wurde, dass diese Therapie nicht hilft. Dann war der Professor ziemlich genervt und hat zu Frank Wievel gesagt, sind Sie Arzt, also kennen Sie sich aus, hat ihn angepäfft. Und er hat gesagt, nein, aber ich habe zufällig Ihre Studie gelesen. Und warum machen Sie das dann? Warum geben Sie denn diese Therapie, wo Sie genau wissen, dass Ihnen nichts hilft? Und dann hat er auf Englisch gesagt, otherwise he goes to a quack. Das heißt, wenn ich das nicht mache, dann verlässt er die Klinik und geht zu irgendeinem Quacksalber. Und Frank Wievel hat dann zum Arzt gesagt, aber wer ist denn hier der Quacksalber? Wer ist denn hier der Quacksalber? Du machst eine Therapie, von der du 100%ig weißt, dass sie nicht funktioniert mit der Argumentation, dass er sonst zu einem irgendwo alternativen Quacksalber geht. Und das erlebe ich auch, wenn ich mit Ärzten rede und sage, warum macht ihr eine Therapie, von der ihr wisst, dass der Patient 100%ig stirbt. Warum sagt ihr nicht zu dem Patient, mach nichts, dass du wenigstens eine höhere Lebensqualität hast oder versuch vielleicht etwas Alternatives zu machen. Und dann kommt immer diese Argumentation, ja, dann verlieren wir den Patienten an Quacksalber, an Spinner, an Esoteriker, an ich weiß nicht was. Und da frage ich mich auch, wer ist hier eigentlich der Quacksalber, wenn er so etwas macht? Und wer zieht wem Geld aus der Tasche? Ja, das ist übrigens, danke für dieses Argument, weil das habe ich mir ja auch schon 100 Mal in meinem Leben anhören müssen. Ich würde Geld verdienen mit Menschen, die sowieso sterben würden. Oder die ganze Alternativbranche wird ja permanent, das sind Abzocker auf gut Deutsch gesagt. Ich sage dir, was Abzocker ist. Für 130.000 Euro einen Antikörper zu verkaufen einem Patienten, der noch nie bewiesen hat, dass er irgendwas hilft. Ich sage, was Abzockerei ist, wenn man Patienten 70% des Umsatzes macht in den letzten Monaten, wo er sowieso stirbt. Wie Kitu da. Ich sehe das immer und immer wieder. Das wird immer palliativen Patienten gegeben, die sowieso sterben. Warum gibt man so ein teures Medikament einem Patienten, der sowieso stirbt? Da frage ich mich, wer ist denn hier der Quacksalber und wer zockt eigentlich diese Patienten ab? Natürlich wird nicht der Patient privat abgezockt, weil es wird ja die Krankenkasse abgezockt. Aber die Krankenkasse, wer ist denn die Krankenkasse? Wir, Zahler. Ich bin die Krankenkasse. Ich bezahle doch diese Therapien mit meinem Beitrag, mit dem, was ich jeden Monat in die Krankenkasse einzahle. Also hier muss man wirklich mal sagen, wer sind hier die Abzocker? Es ist total erfrischend, einfach mal so ein paar Fakten von dir zu hören, die ein ganzes Bild verändern. Und das ist so wertvoll, auch das, was du heute wieder geleistet hast. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Danke, danke. Ich kann nur hoffen, dass wir alle uns ganzheitlich informiert lassen, bevor wir irgendwelche Entscheidungen fällen. Und das ist, je mehr solche Sachen ich immer wieder höre, kriege ich so einen dicken Hals irgendwie. Aber es ist irgendwie überall dasselbe. In dieser Politik, in dieser Politik, in dieser Politik sage ich ja nur die Hälfte und dann läuft es und alles andere diffamiere oder macht kaputt. Es gibt nur noch eine Sichtweise, eine Meinung und zack durch. Und wenn man das nicht alles weiß, was du jetzt gesagt hast. Ich muss hier vielleicht sogar eine Lanze, mag sich komisch anhören, für Ärzte manchmal schlagen. Es sind nicht Ärzte, die schlechte Menschen sind. Es ist das System, was so schlecht ist. Ich möchte mal noch zum Schluss ein kleines Beispiel geben. Wir hatten über Jahre einen Arzt, der hat immer, wir haben so einen Prospekt von unserem Verein von Krebs21. Das ist so ein kleiner Flyer, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und so weiter, was unsere Arbeit in dem Verein ist. Und der hat immer in einem Stuttgarter Krankenhaus den Patienten das gegeben auf der onkologischen Station. Und wir hatten dann mehrere Mitglieder bekommen durch diesen Patienten. Die haben uns das erzählt oder der Arzt hat es gegeben. Dann habe ich den angerufen und wollte mich eigentlich bedanken bei ihm. Und habe gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sozusagen Menschen von uns erzählen. Dann sagt der Herr Hirneise, bitte behalten Sie das für sich. Ich möchte nicht, dass Sie irgendjemandem erzählen, dass Sie mit mir telefoniert haben. Ich möchte nicht, dass es bekannt wird, dass ich das tue, weil ich sonst meinen Job verliere hier. Er sagt, ich kann das manchmal nicht. Er war Oberarzt. Er war Oberarzt in einem Klinikum. Er hat gesagt, sein Chefarzt oder sein Verwaltungschef wird ihn entlassen, wenn Menschen im Krankenhaus das erfahren. Und das hat mir gezeigt, meine Güte, da draußen gibt es ganz tolle Ärzte, die in einem unglaublich kranken, verrückten System überleben müssen. Und die tun mir leid, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du zur Arbeit gehst und weißt, dass die Arbeit, die du heute leistest, nicht optimal ist. Wenn du weißt, du könntest es besser machen. Das muss schlimm sein. Ich beneute diese Ärzte nicht um ihre Arbeit, sage ich ganz ehrlich. Das muss furchtbar sein. Also ich bin froh, dass ich so mein Leben nicht verbringen muss, wie viele Ärzte, die jeden Tag, sage ich mal, Dinge tun. Vor allem in Krankenhäusern, weniger in der Praxis. Aber in Krankenhäusern erlebe ich ganz, ganz oft, dass Ärzte Dinge tun, wirklich nur aus dem Zwang heraus des Verwaltungschefs, aus dem Zwang heraus der Chefärzte, um dort überleben zu können, sozusagen. Und das Ganze noch für übrigens, zumindest in Deutschland, relativ kleine Gehälter. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht, wie wenig Geld so ein Assistenzarzt oder selbst ein Oberarzt mit unglaublich hoher Verantwortung und ein normaler Arzt im Krankenhaus verdient. Das ist viel, viel, viel weniger, als viele Menschen überhaupt wissen. Also um das abzuschließen nochmal, palliativ muss man ganz ehrlich alles auf den Tisch legen. Man muss klar sagen, möchte ich diesen Weg gehen? Wenn jemand diesen Weg gehen möchte, ist es ja okay. Das ist ja jedem seine Entscheidung. Aber ich kann niemandem raten, einen palliativ allem Chemotherapie-Bestrahlungsweg zu gehen, weil das ganz sicher in den Tod führt. Und diese Argumentation, es verlängert ganz sicher das Leben, die stimmt leider nicht. Danke. Ganz herzlich, lieber Dr. Hirneisen. War das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Und auch an dieser Stelle sei doch bitte noch erwähnt, falls es einen Experten, einen Fachmann gibt, der jetzt gerade zuschaut und sagt, das ist alles nicht korrekt, ich kann den Gegenbeweis erbringen, dann sei er bitte jetzt aufgefordert, auch zu uns in die Sendung zu kommen. Und wir werden auch diese Gegendarstellung dokumentieren im Beisein meines Gastes, sodass man wirklich hier einen Dialog darüber stattfinden lassen kann, der uns alle sehr interessieren würde. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.